So, hallo an alle, zur nächsten Folge vom Megaprojekt. In der letzten Folge haben wir ein klein bisschen was gemacht, mein ganzes Metall ist voller diese Zepplinge. Ich bin kurz am überlegen, kann man das nicht irgendwie nochmal, Zepplinge und ähnliches recyceln oder sowas? Gab's eigentlich irgendwas, was man draus machen kann, wenn man alles komplett voll macht oder so? Nein, ging nicht. Da gab's doch irgendwie Bio-irgendwas, gab's doch bestimmt. Man kann auch aus Biomasse herstellen, glaub ich. Ah ja genau, hier so Mundane Large Zeppling, genau, die Bäume wollten wir auch immer gezüchten, Unknown, 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 das muss ich nochmal angucken, kann man Tannen züchten, alles mögliche. Hier, in einem Carpenter geht das. Created Oak Zeppling. Was kann man aus der dann machen? Ah ne, hier, einfach eine Kamera zurück machen. Achso, die kann man einarchivieren, sozusagen. Und hier kann man... Was zur Hölle? Advanced PCP. Was ist das? Ja. Man kann sogar einen Bridge-Bilder draus machen. Einen Farmer. Hate Controller. Das ist aber ein Modul, so eine Art, das ist für, ähm... Steve's Cards mal, soweit ich weiß. Okay. Firework Display, was zur Hölle? Was gab ich für Steve's Cards? Reinforced Metal, was ist eigentlich hier? Stabilized Metal. Ach Gott. We find Hardener. Was für neues Zeug, so... Es gibt so ein Jahr von wegen, dass es ausgelutscht, wenn man schon alles gemacht hat. Von wegen. Es gibt so viel Zeug noch. Na gut, wie man diese, äh, verschiedenen Bäume hinkriegt, das weiß ich nicht. Welche mal müssen mich umschauen und dann hier die Gegend bepflanzen damit. Aber das ist ja mal interessant. Jungle Zeppling. Ja gut, also die, man kann nur die, die normalen Sachen, die normale Sachen umwandeln, aber andere Zepplings wieder normale Zepplings umverwandeln. Okay. Ich wollte noch ganz kurz gucken, hier bei Yu, noch eine andere Sache. Oh, Oak Zeppling, Minimum Stone, zu einer... Ah, Spruce Zeppling ist das noch. Schade. Ähm, kann man auch als Brennmaterial benutzen. Und hier, das meine ich. Plant Ball. Aus dem Plant Ball können wir einen Mace Rater mehr daraus kriegen. Ganz toll. Das war jetzt nicht so der ganze Sinn der Sache. Moment. Was zur Hölle das hier alles gibt? Na kurz. Im Kompressor gibt's Compressed Plants. In einem Fermenter kannst du hier Biomass Cans erstellen. Ich weiß nicht, ich hab da schon Ceronic in seiner Erfahrung gehabt. Oder Fermenter. Mit Mulch oder Fertilizer. Oder Kompost. Kann man Biogast Dings mal kurz. Buckets geht oder Cans. Die Cans gehen aus Tin. Wollen wir ein bisschen Biomass mal herstellen oder sowas in der Art? Weil ich hab so viel von dem Zeug hier. Also mal ganz kurz hier rein in das Ganze hohl lassen. Manchmal so Plant Balls. 32. Ach komm. Ist mal genug. Aber nur so auf Scheiß. Damit was haben. Stinkende Biomasse. So und daraus jetzt im Prinzip mit Hilfe von einem Fermenter. Hab ich auch einen Fermenter schon mal gemacht? Ein Fermenter bei Technik. Mal kurz gucken. Electrical Thermonomic Fabricator. Aber ein Fermenter. Das ist ein Carpenter. Einen Fermenter hab ich noch nicht gemacht. Ne. Oh, da sind dann noch Autarchic Gates. Oh, nehm ich grad noch mit. Sieht nicht so an, als ob ich schon einen Fermenter mal gemacht hätte. Nee, sieht nicht so aus. Fermenter. Das Ding hier. Ah, ist wieder kompliziert. Okay, muss ich demnächst mal machen. Guck ich mir mal an. So. Jedenfalls. Äh, genau. Unter anderem, das Ding ist fertig. Durchgeschmolzen. Und das hier ist auch einigermaßen fertig, glaube ich. Wir haben jetzt hier Stahl. Das ist aber echt hart. Wie viel Stahl brauchen wir denn für dieses Dings hier? Wir brauchen einen, ups, Bohr. Einen Tunnel-Bohr. Block of Steel brauchen wir neun davon, die wir als Ohr. Das wäre teuer. Oder, Moment mal. Man kann doch einen Block of Iron gegen Block of Steel machen. Ist doch viel günstiger, so. Glaube ich jedenfalls. Ähm. Ich mach einfach mal zwei Blöcke hier fertig. Und die hau ich dann da rein. So, dann lass mal anlaufen. Ich glaub nur, die brauchen ein bisschen länger. Boah, jetzt fängt's hier im Husten an. Ist voll schlimm. Seitdem ich krank bin, dann denken sich auch so viele, höh, labernde Scheiße, guck ich gar nicht zu. Ist mir aufgefallen. Problem, aber es sollte auch wieder besser gehen irgendwann. Ist ja schon seit ein paar Wochen so. Ist ja nervig. Autarchik entgeht. So, und die hauen wir mal irgendwo hier ran. Nämlich. Ich hab zwölf Stück. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich hau die einfach mal gleich direkt hier dran. So, da eins, da eins, ups, da eins, da eins, da eins. Überall dran. Und halt noch richtig einstellen. Oder, nee, warte mal kurz. Bin ich heute richtig unten? Doch, ich bin richtig, ja. Jemand hat gemeint, das wird automatisch gehen. Das mit dem Rauspumpen. Ich brauch dafür gar keine Engines. Es geht automatisch aus. Den Ignorius Extrudern in das Ding hier unten rein. Aber aus dem Recycler automatisch raus geht's leider nicht. So, und dann. Items Inventory, Energy Pulsor. Items Inventory. Energy Pulsor, Items Inventory. Energy Pulsor, nochmal. Muss man jetzt jedes Mal manuell einstellen. Items Inventory. Energy Pulsor, ups. So. Und nochmal. Ist jetzt praktisch die bessere Lösung für all die Engines, weil dann gibt's keine Decks. Na verdammt, ich vergesse es jedes Mal. Da. Items Inventory. Apropos, bei der Goldfarm wollt ihr ja Dings machen. Let's Game Your Play und ich glaub Winnie Craft oder so. Ich hab überlegt, mach ich mit. Muss mal gucken, wann wir das machen. Also mit Höllenportalen ließen das ein bisschen größer. Aber ich denke mal, das ist so eine Lag-Sache. Das lag schon genug hier auf dem Server. Aber so. Gucken wir grad mal. Es sollte laufen, ne? Genau, das läuft. Läuft, läuft, läuft. Weniger Lags. Und bei der Experience-Farm muss ich auch nochmal gucken. Ich werd das so machen, dass ich wahrscheinlich auch Turtles unten hinstelle, dass die mir das Farmen und auch gleich verzaubern, weil das ist einfach günstiger. Mach ich auch schon lange nicht mehr, ne? Schon ein bisschen was zusammengekommen hier. Ähm. Joa, mach mal so. Verdammt, ich bin schon Level 30. Uh. Ich glaub, wir müssen wieder Verzauberungsfolgen machen. Das mach ich demnächst mal. Ich will nicht wieder ein Schwert des Zephyr machen. Schwert des Zephyr. Weil die einfach nur gut sind. Ich hab keins mehr davon. Und ein Nano selber wär auch noch geil. Weil das hab ich auch noch nie gemacht. Naja. So, und hier komm ich nicht weiter, weil ich Zombie-Brains brauche. Das wird's wahrscheinlich oben dann bald geben. Apropos, was macht die Diafarm? Neun Stück. Fünf. Sieben. Ähm. Wie sieht's mit den Kisten aus? Es füllt sich so langsam. Langsam füllt es sich. Ein großer G-Tail hier rein. Aber langsam wird's voll. So, dann bei den Solarpanels. Musst ich auch mal kurz gucken. Äh, ja. Mhm, 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 mhm. Da tut sich was. Ich hab schon ein paar wieder zusammen. Minimum-Stones fielen wieder. Ich muss echt bald wieder neu verzaubern. Und auch neu Dings machen. Ähm, Minimum-Steine dadurch herstellen. Weil im Schwert des Zephyr gibt es ja auch Minimum-Scherben. Das heißt, nächster Plan ist auch Schwert des Zephyr, nachdem ich jetzt erstmal die Lok hier gemacht habe. Sieht aus. Haben wir das fertig? Nein. Oh, das dauert voll lang. Siehst du, die brauchen auch länger. Ja, verdammt, ist doch nicht günstiger. Mensch, Mensch, Mensch. Schade. So, einmal hier durch und dann hier rein. Ich weiß nicht, was da so hakelt. Das ist furchtbar. Zack, zack, zack. Ja, den Stahl, den kann ich auch wieder reintun, weil den brauche ich jetzt eh nicht mehr. Die Red Zone Engines, äh, doch, Red Zone Engines, die kommen hier rein, zu den anderen. Und Schalter auch. Und, joa. Eisen kommt hier zurück. Und Knochen, warte mal kurz. Zombie-Fleisch tue ich weg, aber Knochen, behalte ich mal. Brauchen wir vielleicht nochmal. Und solange wir das unten brauchen, kann ich wieder ein bisschen anderes Zeug machen. Das melde ich mir auch mal vor. Ähm, wir brauchen ein Schwert des Zephyr. Oder mehrere am besten. So viele wie es geht. Brauche ich das Magiebuch. Für das Magiebuch, da können wir jetzt gerade mal reingucken. Wie das Schwert des Zephyr brauchen wir nochmal. Okay, Red of Dings und ein Taumiumschwert. Müssen wir da Taumium herstellen. Das wird mal wieder, bäh. Nervig. Taumium. Noch mehr Taumium am besten. Und Sachen mit Magie-Element gibt es am besten auch durch Sand. Weil Sand kann man zu Sandstein machen. Und Sandstone kann man. Zu smooth. Da war ich kurz nochmal Gold drauf. Wie kann man nochmal die anderen Sandstones machen? Sandstone. Hier die Chiseled-Dinger. Ah, okay, da brauche ich Slaps. Wer hätte es gedacht. Da brauchen wir Slaps für. Und die Slaps übereinander sind Chiseled-Zandstone. Und da ist Magie drauf. So. Da brauchen wir noch einen großen Zauberstab für. Beziehungsweise ich mache gleich noch mehr davon. Ich kann einfach alles an Sand, was ich habe, doch eigentlich gleich schon verwenden. Draußen auch den Sand. Ja, schon wieder Nacht. Dauernd ist es Nacht. Übrigens, man muss mal fragen, was denn kommendes Haus los ist. Es ist voll pink. Hat wieder einer getrollt. Aber sowas sind dann echte Motivationen, wenn du die ganze Zeit irgend sowas hast. Keine Ahnung, dass das Haus aus pinker Wolle ab sofort gemacht ist. Und Zoff, dies und das. So. Genau, hier. Ihr seht schon, die Anlage funktioniert. Da brauche ich Sand. Kann ich gleich nehmen und verwenden. Aber so läuft wieder hier. Alles schön gepflanzt. Hier drüben, das würde ich auch natürlich noch machen. Nochmal nachholen. Das ist ein bisschen teurer. Und das Piet. Muss mal gucken, wo ich das verheizen kann. Naja. So. Erstmal reingehen. So. Den Sandstone oder weiterer Zeug davon machen. Und dann wird das alles in Taumjuma gemacht. Ich brauche mal ein Stack Taumjuma am besten oder so. Ich mache gleich viel davon. Weil am Ende haben wir es dann nämlich. So. Und da hat genau 30 davon nochmal. Slaps wieder. Zack. Und zack. Ups. Passt. Es geht sogar diesmal auf. Und die dann wieder. Und dann haben wir auch Chisseldinger. Also. Großer Zauberstab. Habe ich den. Den habe ich. Oh. Ganz um rechts. Und Eisen. Halt. Ein bisschen. Okay. Habe ich schon. Brauchen jetzt für Taumjum. Vier Magie und ein Eisen. Soweit ich weiß. Ne. Quatsch. Vier Magie und acht Metallum. Das heißt. Hier ist. Ach. Sogar acht. Ne. Ist genau. Acht Metallum sogar drauf. Ja. Eins von denen. Und vier von den Chisseldingern. So. Das mache ich mal kurz. In einem gewissen Maße. Wie sinnvoll aufteilen. Machen wir mal 15 jeweils. Wurde es eine scheiß Zahl einfach. Hier. 16 davon. Das heißt. Für zwei. Eisen. Brauche ich. 16. Ne Quatsch. Brauche ich acht. Einfach nur. Das heißt. Für vier Eisen. Brauche ich 16. So. So. Drei. Vier. Mal kurz. Vielleicht soll ich ja mal gucken. Wegen diesen Fluxfiltern. Das ist ja auch mal interessant. Weil da müsste ich nämlich auch noch was machen. Vier Eisen. 16 davon. Vier Eisen. Ich hätte das gar nicht so oft. Ein bisschen. Weil der Zauberstab schafft ja eigentlich locker mehr. Ist ja noch nicht voll. Das müsste ich hier genau. 14 Taumium kriegen. Apropos. Was sagt überhaupt der Zauberstab? Hier ist das. Begrenzt. Ah ne. Muss ich das noch aufladen. 1000 Wiss passen da drauf. So. 14 Taumium. Das reicht für sieben Schwerter. Sieben Stück. Gerade mal. Werde ich alle verzaubern. Holz noch mal. Ne. Genau hier oben. Für Sticks. Dam dam dam. Wieder zu viele gemacht. Aber egal. Das war blöd. Ich habe gerade die Crafting Box weggauern. Ich wollte nur Rechtsklick drauf machen. Nämlich halt die. Ähm. Taumium. Schwerte. Ups. Vielleicht sind die Übungen mit da mit Taumium. Sieben Stück. Und jetzt brauchen wir noch Zauberstäbe. Sieben Stück. Aber das machen wir auch wieder im nächsten Part denke ich mal. Weil ich muss es wieder kurz halten. Denn die Folgen kommen nicht sonst pünktlich genug. Weil ich wieder am Zauber bin. Mache ich mal kurz hier einen Screenshot von. Äh. Zack. Und ihr seht es gerade. Wir haben den selben Tag. 10.46 Uhr. Wenn wir die Folgen pünktlich kommen. Ich mache es heute ein bisschen kürzer. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und tschüss. Ar진 Physik. Und wir gehen immer januar.